Jetzt live aus dem Studio Pflanzen vs. Zombies, die zweite Liga präsentiert Ihnen Hannah Sonneblume. Spannende Taktiken, spannende Kämpfe live moderiert in die PVZ Sports Show. Viel Vergnügen. Und ich darf heute begleitend im Studio begrüßen den Bernd. Bernd, unsere kleine Walnuss. Ja, wie geht's Ihnen denn so? Hallo Bernd, schön, dass Sie dabei sind. Und ja, das ist klar, ich habe gesagt, ich komme auch vorbei, ich habe jetzt viel Erfahrung in dem Spiel. Und da dachte ich mir, das ist doch die Gelegenheit, um ein bisschen Kontakt zu knüpfen mit den Fans aus der Community. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute Abend hier sind. Ja, wunderbar, Bernd, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier im Studio Gesellschaft leisten. Wir wollen uns heute mal den Mangold Mangler ein bisschen näher anschauen. Wir lesen es hier, Mangold Mangler sind defensive Blocker. Die Zombies zurückschleudern können. Die Besonderheit davon ist, dass sie drei Zombies zurückschleudern können. Insgesamt, das scheint erstmal nicht viel, aber sie kosten ja nicht viel Sonnenblumen. Ja, sicherlich, das sind 75 Sonnenblümchen. Man sammelt ja 75 Sonnen ein und das ist ganz einfach. Dann können wir die pflanzen und mit dem kritischen Blick jagen. Sind Zombies gleich schon mal so ein bisschen, ja, Angst, eigentlich kann man sagen. Die fürchten sich dann schon so ein bisschen, wenn sie den sehen. Und dann werden sie zurückgeschleudert. Er kann auch mehrere Zombies auf einmal zurückschleudern, ja. Und hier lesen wir es ja auch, ja. Vielleicht erinnerst du dich an den Mangold Mangler aus einer Zeit beim World Wersing Federation der WWF. Da kannte man ihn noch her. Also ich glaube zumindest, viele von den Zuschauern wissen es noch, ja. Also der war ein ganz großer bei der WWF. Der war ein ganz großer. Und den habe ich richtig gefeiert. Er war richtig glücklich. Dass ich jetzt gesagt habe, ja, ich gehe in die zweite Liga. Blanzer zu Zombies. Ja, zwei. Das ist richtig, das ist richtig gut. Und ich denke, wir könnten Großes erwarten. Ja, es geht weiter, wenn er im Ring stand. Junge, was für eine Show. Seine Move, seinen Style, seine Haltung. Die Menge liebte ihn und er war eine Zeit lang der Star. Alles lange her, aber wenn du dem Mangler genau zusiehst, kannst du sehen, wie er seine alten Tricks auf die Zombies anwendet. Das gute alte Hau-Sie-Um-Manöver zum Beispiel, das funktioniert einfach immer. Ja, sicherlich, das funktioniert sogar bei den ganz großen Zombies. Und in Kombination mit diversen anderen Pflanzen kann er die Zombies in die Luft tragen. Und wenn man dann dort den entsprechenden Wind zum Beispiel nutzt, ja, dann werden die Zombies richtig weggetragen. Also der Mangold-Mangler ist definitiv eine Empfehlung von mir. Und ich kann es kaum abwarten, ihn jetzt hier in Aktion zu sehen. Ja, das wird bestimmt richtig spannend. Ja, also wir haben ja jetzt noch einige schwierige Level vor uns. Es geht wieder an den Start. Pflanzen gegen Zombies müssen sich beweisen im zwölften Level. Sind wir bereits im zwölften Level und die Pflanzen führen immer noch haushoch. Ich bin sehr gespannt, für welche Taktik sich unser Teamleiter entscheiden wird. Wir geben sofort live direkt aufs Spielfeld. Und wir sehen schon, wir müssen hier unsere Verteidigung planen. Und das ist ein besonderer Muff. Ja, man muss hier im Vorfeld sich schon entscheiden, welche Taktik man haben will. Man sieht, welche Gegner im Spielfeld auf einen zukommen. Und man muss sich taktisch entscheiden. Man muss sich taktisch entscheiden. Und auch hier ist der Mangold-Mangler natürlich ein großer Favorit. Ein großer Favorit in Kombination mit anderen Pflanzen. Zum Beispiel eben den hier, der Hurikol. Ja, der Hurikol, der kann ja hier Wind erzeugen. Der ist in der Lage, Zombies, die in der Luft sind, er kann die nochmal zurückschleudern und dann sind sie für immer verschwunden. Ja, eine sehr, sehr interessante Kombination natürlich hier in der Kombination, dass wir im Vorfeld planen müssen, nicht möglich einzusetzen. Dafür gibt es aber diverse andere Pflanzen, die man eventuell hier mal ins Auge fassen sollte. Zum Beispiel eine Pflanze, die unsere anderen Pflanzen schützen kann. Die Sprengnuss. Die Sprengnuss ist immer wieder ein sehr, sehr starker Favorit im Team. Wird viel eingesetzt. Ist allerdings ziemlich teuer in der Anschaffung gewesen für unseren Trainer. Der musste diese Sprengnuss erst einer anderen Mannschaft abkaufen. Und meine Güte, das war ein Drama. Das war ein Drama. Die Kosten, meine Damen und Herren, die Kosten. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Nun, auf dem Spielfeld ist zwar jetzt nicht mehr sonderlich viel Platz, aber auch hier besteht jetzt auch die Möglichkeit, andere Pflanzen mitzunehmen. Es ist ja so, selbst wenn sie nicht zum Einsatz kommen, ne? Dabei sein ist alles. Ja, freilich, also ich selbst manchmal, ja, werde auch nicht mitgenommen. Ja, gerade die Sprengnuss, die hat mir so ein bisschen die Rolle geklaut. Also früher, als ich noch in meiner Mannschaft gespielt habe, ja, da, ich muss ja sagen, ich war der Favorit lange Zeit im alten Ägypten, habe ich geragt. Ja, aber dann hat der Trainer gesagt, nein, das geht so nicht mehr. Die brauchen wir ein bisschen was Stärkeres. Und ja, jetzt sitze ich auf der Bank, aber ich konnte gute Tipps erteilen. Ich kann ja Leuten sagen, ja, hier, Pyramid und Zombie kommen, das und das ist die richtige Taktik dagegen. Da musst du so und so agieren und da sind wir auch sehr dankbar für. Wir sind sehr dankbar mir gegenüber. Und da geht es auch schon los, direkt ins Spiel rein. Ja, dann wollen wir nochmal sehen, wie hier die taktische Aufstellung im Idealfall ist. Wir müssen uns natürlich im Klaren sein, dass an jeder Position mit größter Wahrscheinlichkeit Dodos erscheinen werden. Und entsprechend dessen, der Trainer ordnet hier auch schon die hintere Lane des Spielfelds mit Feuerpflanzen an, um eben genau diesem Problem entgegenzuwirken. Ich denke, das ist eine ganz gute Taktik. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit, um sich erstmal so zu verteidigen. Dann kommen auch schon wieder die Sprengnüsse zum Einsatz, wie du schon sagtest. Ein sehr, sehr starkes Mittel und dabei auch ein sehr teures. Und sie kosten ja auch genauso viel wie eine normale Nuss, haben halt einfach diesen Bonus, dass sie explodieren, wenn sie gefressen werden. Ja, da kann ich natürlich selber nicht mithalten. Ja, ich habe es jahrelang versucht, ich habe trainiert, aber ich bin eine normale Walnuss. Und wenn man mich knackt, dann kann man mich essen, aber das warst du ja auch schon. So, und wie es aussieht, scheint jetzt hier der Kampf bereits loszugehen. Und die Feuererbsen warten schon gebannt auf die Zombies. Wir sehen, mit nur wenigen Schüssen fliegt schon der erste Arm ab. Sie sind natürlich wesentlich stärker als es die normalen, ganz normalen Erbsen schießenden Kanonen sind. Allerdings sind sie natürlich im Vergleich zu diversen anderen Pflanzen sehr langsam. Und auch wenn sie mit ihrem Feuer gut im Auftauen sind, sehen wir hier ihr Bereich an Wärme, ihr Bereich an Auftauen ist nicht sonderlich hoch. Wahrscheinlich war das taktisch keine so kluge Entscheidung, denn immerhin könnten wenigstens die Paprikas über die Mangoldmangler hinwegtragen. Sie könnten über die Mangoldmangler hinweg ihre Katapulte werfen, ihre Paprikas werfen. Und so werden die Schüsse hier allerdings geblockt und es besteht keine Chance mehr, rechtzeitig die Zombies zu erreichen. Und wir sehen auch hier, der Trainer cancelt den Kampf. Der Trainer cancelt den Kampf, geht in den Neustart, überlegt sich nochmal seine Taktik. Das Zombie-Team, das gegnerische Zombie-Team natürlich auch, die haben natürlich jetzt gesehen. Okay, der Trainer ändert dort seine Taktik. Wie werden sie darauf reagieren? Wenn die jetzt sehr schlau sind, würden sie jetzt eine Gargantua holen, aber die bleiben bei ihrer Teamaufstellung, die sind mutig. Ich glaube, die denken sich, ja, das kann so laufen, wir versuchen es mal. Und warum denn auch nicht? Das ist immerhin noch die letzte Möglichkeit zu beweisen, dass sie selber mit ihrer Teamaufstellung richtig lagen. Ja, also das ist ja auch eine Sache, da muss man sich ja mal konkret auf die Schulter klopfen. Als Zombie, ja. Die haben sich immer treu ihrer Linie, ja, gleich aufgestellt. Bei jedem Kampf immer das Gleiche, immer die gleichen Zombies, ja, die haben sich nie als Taktik ändert. Das ist schon auch richtig, da muss man sagen, ja, mutig. Kann man nicht anders sagen, das ist mutig. Das ist auch ein richtig mutiger Schritt. Oder geht es auch schon los? Ja, wir sehen hier, es wurde ein Stachelfeld platziert auf der Midlane, auf der die Zombies vermutlich nicht so häufig landen werden, denn die verschiebenden Felder, die wir hier sehen, die Eisschollenfelder weisen nicht auf die Mitte. Es wird sich bündeln, es wird sich aufteilen, von welcher Seite entsprechend die Zombies kommen werden. Das wird sich immer wieder ändern. Und die Paprikatapulte machen bereits ihre Arbeit. Sie selber sorgen für ordentlich Hitzeentwicklung bei den Pflanzen, was natürlich eine extreme Verbesserung gegenüber den Feuerabsen im Vorfeld ist, denn die waren natürlich dadurch, dass sie anders positioniert waren, nicht ganz so günstig. Ja, ich muss jetzt aber sagen, ich weiß nicht, ob das so schlau war, wie das jetzt gerade läuft, weil das ist jetzt die erste Welle am Anfang und der Mangoldmangler ist schon ganz schön in den Mangel genommen, kann man nicht einmal sagen. Der ist ja jetzt hier schon einfach gefragt worden. Ja, und teilweise hat er nur noch ein Blatt. Ja, was soll er denn sagen, wenn es jetzt weitergeht hier, wenn jetzt in die nächsten Wellen kommen? Da könnte es ein bisschen dramatisch werden. Ja, wir sehen auch schon, der Trainer spult jetzt hier uns die Geschwindigkeit ein bisschen vor. Die Pflanzen fühlen sich, als hätten sie den stärksten Dünger ihres Lebens bekommen, schlagen an der gigantischen Geschwindigkeit zu. Die Zombies wanken vor. Wir haben auch einen Eiswerfenden Zombie dabei. Sind schon wieder drei Dodos. Drei Dodos sind bereits vorhanden hier auf dem Spielfeld. Das könnte unangenehm und sehr kritisch werden von der Position her. Da sollte man eventuell mal mit dem Spezialdünger an der ein oder anderen Position arbeiten. Das wurde auch hier der eine Mangoldmangler hat hier seine Power gezeigt. Er hat hier bewiesen, dass er noch einmal mehr genügend Energie hat, um die Zombies zurückzuschlagen. Aber jetzt sieht es doch schon gut aus. Und was soll man denn sagen? Es sieht richtig gut aus. Guckt euch an. Die Taktik scheint aufzugehen. Denn bis jetzt, bis jetzt, hat noch kein Zombie eine Pflanze zerstört. Das ist ein ausgesprochen gutes Zeichen. Das bedeutet nämlich, die Rasenmäher könnten am Ende, falls alles schief gehen sollte, alles regeln. Ja, jetzt aber die Sprengnuss, meinen Kollegen, den muss ich jetzt auch sagen, also meinen Kollegen dürfen wir jetzt nicht vergessen. Mein Kollege von der Sprengnussabteilung, der ist schon, was soll ich sagen, ein richtig starker Busche. Und wenn die jetzt da näher rangehen und dort die Sprengnuss auffressen wollen, den war es das für die. Das war für die. Das hat sie jetzt erledigt. Seht ihr, da hat sie ihn hier gelegt. Die Sprengnuss hat hier alles explodieren lassen. Jetzt kommt da zum Schluss, jetzt zum Schluss kommt da jetzt noch einmal hier der Rasenmäher drüber. Der wird zeigen, dieses Gang, der wird jetzt erledigen, was da an Zombies noch kommt. Das Problem hier an der Sache ist nur, dass wir warten müssen, bis die Zombies da unten auf der Eis schon umgerutscht sind. Rasenmäher geht aber schon früher los. und er hat es gerade noch so alles erwischt. Er hat es gerade noch so erwischt. Das ist ein Problem, wenn die Dürze von der Verschiebung da auch nicht so kommen, wie soll. Das könnte jetzt problematisch werden. Da oben sitzt er und frisst. Ja, das ist die Frage, kriegen wir den Eis schon ein Werfer, den Kollegen da weg. Das könnte auch ein bisschen kritisch werden. Also unser Paprika-Tapult, ja, ich sehe es, der gibt sich richtig Mühe. Aber das könnte jetzt zu einem großen Problem werden, wenn wir den da nicht erledigen und den da oben kommen. Der ist gar Rasenmäher mehr. Ja, und auch hier unten auf der Midlane wird es jetzt langsam kritisch. Er bewegt sich weiter voran. Wenn jetzt hier nicht bald ein Kopf fällt, war es das tatsächlich mit dieser Taktik. Und noch wirft er, noch wirft er. Und da ist schon der Arm gefallen, wenn das Paprika-Tapult jetzt nochmal richtig Power rausholt. Nein, er ist nach oben gegangen. Keine Chance mehr. In diesem Moment Ezer-Zombie wird tatsächlich die obere Lane durchbrechen und gewinnen. Da war die Taktik der Zombies doch wesentlich stärker. Ja, was hätte man jetzt anders machen können, Bernd? Was hätte man jetzt anders machen können? Ich würde sagen, wir brauchen einen Mossen-Schorten. Das Problem ist ja, die Paprika-Tapult die Katapult, die sind schön, die sind eine ordentliche Power haben die hoch drauf. Das ist richtig, das kann man ja nicht sagen. Aber, ja, jetzt kommt das große Aber, die sind halt sonst nicht sonderlich stark. Ja, die machen zwei Feuerchen und die sehen auch ganz nett aus. Aber das war es dann auch schon. Ja, das war es ja auch schon. Und wenn ich ein Feuerchen gemacht habe, dann ist zappenduster. Ja, viel Stärke und viel Durchschlagskraft haben die jetzt nicht. Was wollte man an dessen Stelle jetzt positionieren? Ich meine, die Sprengnisse haben auch nur begrenzt funktioniert. Man könnte natürlich jetzt einfach mal mit einer anderen Taktik rangehen und ausnutzen, dass wir noch ein kleines bisschen Sonnenlicht zur Verfügung hatten. Ich würde auch sagen, da geben wir jetzt mal eine ganz andere Taktik ran, ja. Und schauen wir mal, der Trainer hat sich sicherlich auch schon was ausgedacht. Ah, ich sehe es, ich sehe, der Finger schiebt über der Wasabi. Wasabi, eine sehr interessante Pflanze, sehr interessante Pflanze, ebenfalls, hat Teuerdienst, hinzuholen. Das war eine große Entscheidung, aber die ist unglaublich stark im Nachkampf und natürlich auch von hinten nach vorne und zur Seite, ja, und viel besser, die kann ja auf der Lane richtig viel Schaden machen in alle Richtungen. Ja, also zumindest nach vorne und nach hinten ist sie tatsächlich von der Schlagkraft schwer zu toppen und die Manglework-Mangler werden hier wieder in diese Taktik eingefügt. Da fehlt jetzt allerdings ein Damage-Dealer. Anscheinend haben wir hier mal wieder ein großes Problem, was die Sonnenblumen, was das Sonnenlicht angeht. Wir bräuchten ein kleines bisschen mehr Sonnenlicht, um hier die richtige Taktik zu sehen. Der Trainer entscheidet sich aber, das einfach mal zu umgehen und auszuprobieren, ob das dann nicht auch so machbar ist. Zumindest für den Anfang sollte genau diese Taktik funktionieren. Ja, ich bleibe jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich glaube, der Trainer verlässt sich hier viel zu sehr auf die Wasabi und das kann natürlich ein großes Problem werden, vor allem die ist ein A-Kämpfer. Es heißt, die Zombies müssen noch herankommen und es ist auf den Lanes, wo die Zombies hier eher weniger herankommen, also so heißen sie, die fliegen da durch oder die kommen da auf dieser Eis schon drauf, ja, das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht, die kommen ja nicht nah genug ran. Ja, aber ich schätze mal, das ist die Taktik gegen die Dodos, die hier verfolgt wird. Wir werden sehen, wie erfolgreich diese Taktik überhaupt ist. Ich persönlich selber sage ja immer noch, eine Pflanze mit durchschlagender Kraft hat in einem Level mit so vielen Zombies vielleicht ein bisschen mehr Durchschlag, ein bisschen mehr Power, das könnte man in dem Dreh durchaus mal ausprobieren. Ja, freilich, ich bin auch großer Freund vom Drachenmolchen. Ich meine, die sagen, wenn hier, da sitzt man da an der Stelle sitzt man ein Feuerbühmchen und an der Stelle sitzt man ein Drachenmolchen, ja, zumal die ja von den Gasten ein bisschen billiger sind, die kosten ja noch über 50 Sonnenlicht und in dem Fall wäre das vielleicht eine gute Taktik gewesen. Wer weiß, also das hätten wir jetzt mal genauer sehen müssen, aber ich denke mal, der Trainer hat sich hier schon für eine interessante Taktik entschieden an. Aber wir sehen, der schneller an Vorlauf, da ist sich jemand sehr sicher, aber kann ja auch jetzt nicht mehr großartig was ändern. da können wir vielleicht noch irgendwo eine Bohne setzen oder sowas, aber dies war's da ja auch schon. So, der Wasabi, der zeigt ordentlich seine Power hier, der beweist, warum er hier einer der stärksten mit dem Team ist und zeigt ebenfalls, dass er mit seiner Hitze anderen Pflanzen noch wärmt. Dies ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn der Wasabi selber durch sein Feuer immer nicht lag ist, zu wärmen, wie es mir jetzt sagt, man verzichtet da komplett auf andere Pflanzen, die Feuer machen wir, die brauchen wir ja dann gar nicht mehr. Das ist richtig, die braucht man eigentlich, in dem Fall gar nicht mehr. Also es wäre durchaus auch möglich gewesen, nur den Wasabi zu nutzen in einer Nahkampfposition, der dann in der Lage ist, genügend beziehungsweise ausreichend, ausreichend Wärme zu verbreiten, um eben die Zombies alle so gut es geht fernzuhalten und die Pflanzen drumherum dann eben auch noch zu wärmen. Ja, wir sehen bis jetzt, vom Schaden her, vom Schaden her macht der Wasabi die ist schon mal besser, als wir das vorhin hatten mit den Paprika, der Pult, jetzt liegt es gegen die Paprika, ich mag die Paprika persönlich, ich und die Paprika, ja, wir haben eine langjährige Freundschaft, aber wie das mit allen Pflanzen so ist, deren Durchschlagskraft jetzt nicht ganz so großartig ist, wie die von gewissen anderen Pflanzen, aus anderen Teams, dass man trifft sich, man hat ähnliche Leidensgeschichten, man kann sich austauschen über Problematiken, die man schon lange Zeit hier hat kommen sehen, dass es immer Pflanzen geben wird, die ein bisschen besser sind, es immer Pflanzen geben wird, die mehr Möglichkeiten haben, ja, und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, ja, der Paprika hat der Pult großartig, hat doch von ihm großartige Arbeit geleistet, wirklich sehr beeindruckend, muss man ja sagen, ja, und wir sehen auch hier, der Versabi, der tut sich auch nicht ganz so leicht, bis es ausschaut, ja, also ganz so einfach ist das jetzt hier nicht, und da wird ja, da ist ja aufgefressen, ob das noch so funktionieren wird, das war ein bisschen zu spät, ich hätte ja früher gezündet, ja, der Notfallrasenmeer ist immer eine gute Position, das ist immer eine gute Möglichkeit, ich glaube ja nicht, ich glaube ja nicht, dass das das gleiche Problem sein, wie beim letzten Mal, der wankt jetzt da auf die Eissschole und stirbt jetzt nicht, und da haben wir das Problem, genau an dieser Stelle haben wir, ah nein, er ist, ich vergiss, was ich gesagt habe, ja, an dieser Stelle ist der Zombie gestorben, und auch der nächste Zombie stirbt, und dieses Level wäre geschafft, gar nicht leicht, aber ich finde unser Thema das großartig gemacht, und aber auch die Zombies haben sich echt gut geschlagen, denn sie haben uns ja zweimal fast in die Knie gezwungen, ja, muss man sagen, Respekt, also, die haben jetzt gesagt, unsere Taktik, die ist gut, und sie haben zweimal recht behalten, ja, nur beim dritten Mal, da hatten sie Pech, da hatten sie einfach Pech, wenn ein bisschen schneller gelaufen wäre, vielleicht, ein bisschen schneller, das ist ein fesches Kostüm, ja, das ist ein fesches Kostüm, das kann man ja nicht sagen, das ist ja großartig, ach, wunderbar, die Rewards und die Preisgelder werden eingesteckt, und an dieser Stelle bedanke ich mich bei den Zuschauern, recht herzlich fürs Zuschauen, schaltet das nächste Mal auch wieder ein, bei der Plants vs. Zombies Sports Show, unsere News, halten euch immer auf dem Laufenden, was ist cooles, Neues, bei Plants vs. Zombies geht, was die besten Taktiken sind, aber auch die spannendsten Kämpfe, ich würde mal sagen, danke, dass ich dabei sein durfte, bis zum nächsten Mal.